Hallo! Guck mal, Theo liest eine Geschichte in einem Märchenbuch, Hänsel und Gretel. Die Geschichte hast du sicher schon einmal gehört. Darum hast du bestimmt eine Idee, wie Theo Pia erzählen könnte, worum es in dem Märchen geht. Ich erkläre dir heute, wie du eine Nacherzählung schreiben kannst und was dabei wichtig ist. In einer Nacherzählung gibst du mit eigenen Worten den Inhalt einer Geschichte wieder. Hier von Hänsel und Gretel. Es ist wichtig, dass du dich dabei an das Original hältst und dabei auch die gleiche Reihenfolge beibehältst. Du darfst nichts hinzu erfinden, was nicht in der Geschichte vorkommt. Die Zeit, in der du die Nacherzählung schreibst, ist das Präteritum, also die erste Vergangenheit. Zum Beispiel könnte Theo so anfangen. Hänsel und Gretel waren zwei Kinder, die von ihrem Vater alleine im Wald ausgesetzt wurden. Sie wanderten lange durch den Wald, bis sie an ein Hexenhäuschen kamen. Die unterstrichenen Wörter sind jeweils die Verben im Präteritum. Wie könnte Theo weitererzählen? Was ist wichtig an der Geschichte? Er hat besonders in Erinnerung, wie die böse Hexe Hänsel mästet. Die Hexe sperrte Hänsel in einem Käfig ein und zwang Gretel, Hausarbeit für sie zu machen. Sie wollte Hänsel mästen, bis er ganz fett war und ihn dann verspeisen. Es ist auch gut, wichtige Einzelheiten zu erwähnen. Zum Beispiel, wie Hänsel immer ein dünnes Knöchlein hinstreckt. Hänsel trickste die böse Hexe aber aus und streckte ihr immer anstelle seines Fingers ein dünnes Knöchlein hin. So dachte sie, dass er immer noch ganz mager wäre. Es ist gut, wenn du die Nacherzählungen in einem sachlichen Ton schreibst und keine umgangssprachlichen Ausdrücke verwendest. Das sind Ausdrücke, die man benutzt, wenn man zum Beispiel mit seinen Freunden spricht. Hier ist ein Beispiel für einen umgangssprachlichen Satz. Am Ende schubste Gretel die Hexe in den Ofen, wo sie drin verschmorte. Besser wäre es so. Am Ende stieß Gretel die alte Hexe in den Ofen, in dem sie dann verbrannte. Deine Nacherzählung sollte kürzer sein als die ursprüngliche Geschichte, denn du schreibst schließlich eine Zusammenfassung und musst darum nicht alles erwähnen. Hier nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Schreibe deine Nacherzählung im Präteritum und halte dich an die Reihenfolge der Geschichte. Denke daran, den Kern, also das Wichtigste der Geschichte, aufzuschreiben. Suche dir ein paar bedeutende Einzelheiten heraus, um das Ganze spannend zu machen. Verwende einen gehobenen Sprachstil und keine Umgangssprache. Lies dir am Ende alles nochmal durch und ändere, was dir nicht gefällt. Theo schreibt jetzt seine Nacherzählung von Hänsel und Gretel zu Ende. Vielleicht hast du auch Lust, einen Schluss dafür zu schreiben. Oder du suchst dir für eine Nacherzählung dein Lieblingsmärchen aus. Viel Spaß und Tschüss!